Servus zu einem neuen Hike and Fly. Heute am Breitenberg, zweieinhalb Stunden, so ist hoch die Notchuld. Breitenberg ist für mich jetzt auch die Premiere. Also ich bin hier da auf das erste Mal. Schauen wir mal was draus wird. Ich habe mich für die Route 4 entschieden. Das ist die schnellere. Die Route 5 soll wesentlich schöner sein, dauert aber auch ein bisschen länger. Die Route 4 können die Maschinen und euch in eineinhalb Stunden schaffen. 20 Minuten sind vergangen. Das ist das, was ich geschafft habe. Da geht es noch rauf. Der Weg schlängelt sich über Serpentinen hoch. Ist eher ein bisschen uninteressanter, der Weg fand ich. Aber das letzte Stück wird dann doch noch mal ein bisschen schöner. So, jetzt nähern wir uns an dem Ende. Der Weg ist da mit relativ wenig Abwechslung. Aber das Ende war jetzt noch mal echt schön, fand ich. Noch mal ein bisschen Ausblick. Und von dem her hat es sich dann doch noch gelohnt. Auch wenn man mit der Bahn fährt, bleibt eine kleine Wanderung einem nicht erspart. Man muss noch den Weg hochlaufen. Und dann sieht man dann den ersten Startplatz von insgesamt drei. Die schauen wir uns aber gleich noch mal näher an. Eine gute Übersicht über die Startplätze findest du auf der Burn Air Map. Wobei der untere Startplatz, der Brandplatz oder wie er hier Breitenberg KG heißt, ist auf der Karte falsch eingezeichnet. Der ist wesentlich weiter oben. In diesem Video siehst du Start vom Brandplatz, also den unteren, und vom mittleren der Stütze 9. Steht man am Brandplatz und dreht sich um, sieht man alle anderen Startplätze. Die Stütze 9, die wir später noch mal näher sehen. Das Kesselmoos, was ziemlich steil ist. Und auch Moosig, heißt nicht umsonst Moos. Und auch den Startplatz Engerle, der sich ganz oben befindet. Hier ist oft starker Wind. Ich habe mich für den Brandplatz entschieden. Und jetzt geht es erst mal raus. Nach ziemlich langem Anlauf über dem Pfanderpfad rüber, habe ich es dann doch noch geschafft abzuheben. Nur noch mal zur Wind-Situation. Wir starten ja hier im Osten raus. Allerdings kommt vom Berg nordwärts gerne Wind nach oben. So kann eine Leh-Situation entstehen. Ich habe viele Piloten beobachtet, die starke Sinken kriegen und teilweise schon ausweichen mussten der Bergstation. Aber auch Klapper konnte ich beobachten, die auch tatsächlich ungemütlich aussahen. Also hier sollte man genau beobachten, ob es nicht sinniger ist, von der Stütze 9 zu starten. Hier sollte man einfach beobachten, was ist die dominantere Windrichtung. Es stehen sehr viele Winddecke zur Verfügung, was aber auch verwirrend sein kann. Im Zweifel einfach mit anderen Piloten sprechen. Auch Flugschulen sind vor Ort. Da kann man sich auch einige Tipps holen. Deinen ersten Thermikeinstieg kannst du auch kurz nach dem Start schon finden. Direkt an der Bergstation findet man oft schon Aufwände, die einen nach oben tragen. Ganz ergiebig war es für mich jetzt in dem Moment nicht. Also bin ich dann weiter geflogen und habe den Hang weiter abgesucht. Ja, aber jetzt schauen wir uns erstmal den Startplatz Stütze 9 an. Dieser befindet sich oberhalb vom Brandplatz und kann auch prima vom Brandplatz aus beobachtet werden. So kann man prima beobachten und entscheiden, wo ich letztendlich starten möchte. Und hier nun der Start von der Stütze 9. Achtung, Kontrollblick nicht vergessen. Passt. Here we go. Der Startplatz von der Stütze 9 ist nicht so großzügig wie der vom Brandplatz. Ist auch sehr schnell, sehr steil. Meiner Meinung nach kann auch hier ostwärts eine Les-Situation entstehen. Also obacht bei der Startplatzwahl. Man startet aus einem Kessel raus und kommt dann direkt am Hang raus. Oft findet man jetzt schon an dieser Position Aufwände. Während ich hier so am Hang entlang sorge, möchte ich die Gelegenheit nutzen und mich bei über 500 Abonnenten bedanken. Ich freue mich wirklich riesig über jeden einzelnen Abonnenten. Es ist echt stark, dass sich dann doch so viele Leute für meine Videos interessieren. Wenn du noch kein Abonnent bist, dann freue ich mich, wenn du es jetzt wirst. Vielen Dank. Wenn es am Hang nicht so gut trägt oder du einfach keine Aufwände findest, kannst du es auch mal am Fuß vom Berg an der Waldgrenze probieren. Hier findet sich öfters nochmal was. Und westwärts sind Liftanlagen. Da findest du auch nochmal oft Thermiken, die dich hochtragen. Hier habe ich an diesem Tag meinen Einstieg gefunden und konnte mich langsam, aber sicher hochkämpfen. Bis zum nächsten Mal. so nun möchte ich dir noch was zum landeplatz sagen und gehört finde ich auch zu den etwas anspruchsvolleren also ich hatte hier auch zeitweise drei verschiedene windrichtungen also auch etwas anspruchsvoller aber genug ausweisflächen für den notfall sind vorhanden allerdings gab es in der vergangenheit mit den dort anliegenden bauern schwierigkeiten darum sollte man es unbedingt vermeiden hier siehst du den korrekten landeanflug die lande wollte je nach windrichtung links oder rechts für den endanflug hast du schon relativ lange zeit da der landeplatz sehr lang gezogen ist von dem her relativ entspannt der landeplatz ist auch schwer zu verfehlen da ein großer lande kreis eingezeichnet ist also viel erfolg beim treffen aber es liegen eigentlich auch immer schirme aus von dem her easy zu finden schau unbedingt auch noch auf die webseite von den ostallgäuer gleitschirmpfliegern die unterhaltenes gelände ich verlinke das in der beschreibung hier findest du auch noch mal wichtige informationen ja vielen dank fürs zuschauen ich hoffe das video hat dir gefallen du hast einen eindruck über das fluggebiet erlangt wenn ich was vergessen habe oder du mir noch was zu sagen hast gerne auch feedback dann schreib es doch in die kommentare wenn du mehr sehen möchtest schau meinen kanal und lass ein abo da vielen lieben dank bis zum nächsten video fiatti